Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch, wo wir ganz fresh für euch die neuesten Releases im Film- und TV-Bereich besprechen. Ich bin Lasse Vogt und führe euch heute auf einen Ausflug durch Wälder und Hügel, zu Fuß, im Auto und per Boot. Es erwarten euch aufregende Schwimmeinlagen, toxische Maskulinität und Momente des völligen Stillstands. Ja, es geht um den Film Don't Move und mein Begleiter auf diesem Trip ist der unverzichtbare Sven. Hallo! Hallo! Ja, dieser Film kommt am 25.10. auf Netflix raus, inszeniert von Brian Netto und Adam Schindler und unter anderem produziert von Sam Raimi und ich schätze, dieser Name ist der Grund, warum du den Film überhaupt besprechen wolltest. Das ist sowas, das zieht immer noch, auch nach Jahren. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir hatten ja einige Filmprojekte in der Vergangenheit, die Sam Raimis Namen trugen und dann aber auch nichts mit Evil Dead zu tun hatten. Ich denke da an Don't Breathe, ein sehr ähnlicher Titel und verschiedene andere Sachen. Und hier haben wir sogar ein Raimi Productions Logo am Anfang, was ich so noch nie gesehen habe. Ich schätze mal, weil hier andere Produktionspartner nicht beteiligt sind, ist es halt eben nicht Ghost House Pictures. Das ist der Grund, warum es hier anders heißt. Nun denn, ja, was hast du dir im Vorfeld von diesem Ding versprochen? Tatsächlich gar nichts. Wäre er bei uns nicht aufgepoppt, hätte ich es irgendwann am Wochenend vielleicht mal gesehen bei Neuigkeiten. Aber ich hatte im Vorfeld nichts drüber gehört. Und als er vorgeschlagen wurde, habe ich mir so ein bisschen durchgelesen und dachte, hey, das klingt interessant. Schauen wir mal, was draus wird. Ja, 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 das Ding, ich glaube, als der erste Trailer schien, haben auf Twitter einige gesagt, Moment, also das das Konzept ist, sie kann sich nicht bewegen die ganze Zeit. Und im Prinzip ist das der Fall. Und man denkt sich, wie macht man einen Film daraus? Die grobe Handlung ist letztendlich, dass es um eine junge Frau geht, die von einem Mann entführt wird und er spritzt die ein Serum, welches dazu führt, dass ihr ganzer Körper gelähmt wird und sie sich quasi nicht bewegen kann. Und sie flieht vor ihm vor einer Weile und befindet sich aber auch in seiner Gewalt. Und zwischendurch decken wir dies und das über beide Charaktere auf. Und das ist der Film. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hätte das vielleicht eher einen Kurzfilm getragen eventuell. Die Regisseure haben auch einige Erfahrungen mit Kurzfilm hier und da. Es geht genauso, bei den Autoren steckt es eine ähnliche Kerbe. Ja, das ist eine gute Frage. Die hatte ich mir tatsächlich auch gestellt, so nach der ersten Hälfte, die mir sehr gut gefallen hat, die spannend war, die interessante Ansätze gehabt hat. Ich mochte auch einige Kameraperspektiven, so diese Ego-Ansicht, die hat mir ganz gut gefallen zwischendrin. Aber da ist es halt auch, ja, die erste halbe Stunde ist super und dann kommen Sachen, wo ich mir denke, das hättet ihr ja alles nicht nötig gehabt, das hättet ihr nicht gebraucht. Das Ding ist halt, der Film braucht es, um auf 90 Minuten zu kommen. Klar, aber das auf Kosten, also am Anfang dachte ich halt durch diese Einschränkung, die sie da hat und natürlich hält sich der Film auch nicht lange auf. Also wir haben 80 Minuten, 90 etwa mit Abspann. Das ist schon knackig verpackt, aber ich finde so nach 30 Minuten hält so die 08.15 Story und 08.15 Entscheidungen Einzug und das ist schade. Die Prämisse ist nicht ohne Reiz und ich dachte ehrlich gesagt, das geht sehr viel mehr in die Richtung von so Hunting-Filmen, wie wir sie ab und so alle paar Jahre irgendwie mal kriegen. Das sind verschiedene Filme, wo im Prinzip junge Frau wird durch den Wald gejagt von irgendwelchen Irren und das geht nicht ganz in die Richtung. Das ist im Prinzip, das wird im Prinzip in der ersten halben Stunde abgedeckt und dann geht es in ein paar andere Richtungen. Ein Film von dieser Art steht und fällt mit den Darstellern und das Problem ist aber auch eben, dass die Hauptdarstellerin letztendlich nicht sehr viel machen kann, wenn sie gelähmt herumliegt und ich finde, sie macht das Beste draus. Kersti Aspil, finde ich, spielt das hier sehr gut und einnehmend, aber letztendlich kann man nur so und so viel tun in ihrer Situation. Also ich mag sie, ich kenne sie ja aus Yellowstone, da mag ich sie auch sehr, aber ich muss sagen, sie hat mir teilweise einfach, natürlich ist sie in ihrem Schauspiel sehr, sehr eingeschränkt, aber irgendwie fand ich schon am Anfang, dass sie die Iris, die ja wirklich zutiefst verzweifelt ist und sich ja eigentlich das Leben nehmen will, das habe ich ihr nicht so ganz abgekauft. Ja, und das Ding ist, ein anderes Problem, was ich habe, ist, dass, auch wenn Finn Rittrock, der unfassbar viele schon Film- und Filmprojekte hinter sich hat, hat wirklich eine ganze Menge gemacht, wobei ich finde, dass der gar keinen schlechten Job macht, ich finde, seine Figur ist extrem uncharismatisch, wo man sich halt fragt, wie zur Hölle hat er überhaupt bisher das alles in irgendeiner Form auf die Reihe gekriegt? Ähm, ja, mit ihm, bei ihm hat mir so das Diabolische gefehlt. Ja, es ist, er wirkt sehr ziellos in seinem Bösesein. Ja, es gibt eine Szene in der Hütte, die fand ich gut, da habe ich auch, da habe ich auch das erste Mal ihn so wirklich als eine Bedrohung wahrgenommen, weil er auch so relativ schnell geswitcht hat zwischen Normalo und Psycho, aber ja, ich finde halt auch dieser, dieser, dieser kleine Background, den er kriegt, hilft der ganzen Sache nicht, sondern macht es eher noch, ich will nicht sagen langweiliger, aber du hockst dann da und denkst, ja gut, okay, mhm, ja, okay, der hat jetzt das, der hat jetzt dies. Es hat keinen großen Impact in dem Sinne, sie hätte das am Ende vielleicht mehr ausspielen können und da wäre noch mehr drin gewesen, aber er war schon so ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ja, er ist irgendwie so ein, so ein 0815-Irrr von der Stange, könnte man sagen. Und, äh, wo du gerade von der Hütte sprichst, weil hier hat mir dafür ein anderer Darsteller sehr gut gefallen, nämlich Moray Treadwell und den habe ich danach mal eingegeben, wo ich dachte, wer zur Hölle ist das? Und der kam mir irgendwie auch halbwegs bekannt vor und das ist ein Kleindarsteller, der in allen möglichen Sachen zu sehen war, unter anderem auch Flutecremic 2 und Downton Abbey und so weiter, also so ein, äh, so ein Charakter-Kleindarsteller, der irgendwie in allem mal schon war und ich finde, der macht hier, äh, der, der fügt diesen Teil des Films, finde ich, was, äh, sehr Schönes auch hinzu. Äh, ansonsten, äh, gibt es noch einen, ähm, kleinen Auftritt von einem Cop zwischendurch, aber, ähm, und da ist auch eine gewisse Tension mit drin. Also es gibt so verschiedene Szenarien, wo so eine gewisse Spannung drin ist, aber irgendwie auch nicht genug war mein Problem. Da hilft auch der Score nicht, der die ganze Zeit sollte immer Spannung, 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 aber, ähm, ich fand's nicht super aufregend. Nee, dafür haben sie sich zu viel, finde ich, verschenkt. Und weil du ja auch schon sein, sein Richards-Weg, den er dann einschlägt, am Anfang dachte ich noch, okay, das ist, das ist clever, das ist gar nicht so blöd, aber was sie sich halt, was sie sich dann danach halt leisten, so wirklich so nach der Hütte, ah, da langst du dir halt echt an den Kopf. Und gerade, wenn wir gerade beim Cop sind, ähm, das sind auch, da sind Sachen drin, wo ich mir denke, ach, kommt, ihr habt so gut angefangen und jetzt wird's, jetzt wird's lächerlich und dämlich und das, das passt einfach nicht. Und das hat mich sehr stark rausgebracht. Ja, und ich denke mir, war das vielleicht, ist dieser Film beabsichtigt als so eine Art Hommage an so gewisse B-Filme von so damals so aus den, aus den 70ern und 80ern ungefähr, weil es hat teilweise durchaus diesen Vibe, finde ich. Aber ich finde, dafür ist er nicht, da doch nicht irgendwie besonders, dafür ist er nicht atmosphärisch genug, dafür ist er nicht eklig genug. Ähm, es gibt ein paar blutige Szenen, ähm, die sind jetzt nicht irgendwie jetzt super dermaßen, boah, sowas hab ich noch nie gesehen, die sind solide gemacht von, von der, von den Effekten her, aber es ist auch nichts, wo du denkst, oh ja, dafür lohnt es sich jetzt irgendwie, dass Gorehounds sich das anschauen. Nee, ach Gott, dafür ist es, dafür ist es viel, viel, viel zu wenig. Und, ja, ja, das ist, ich hab mir grad eben noch gedacht, der Netflix, äh, Texas Channel, Jainsaw Massacre, ich glaub, der geht nur 76 Minuten, vielleicht wäre noch mal 10 Minuten weniger, wenn man bei 70 gelandet etwa an Spielzeit, das wär vielleicht noch mal besser gewesen. und man hätte halt diese Cop-Story und was daraus resultiert, hätte man einfach weglassen können, weil für einen Serienkiller ist er zu unbedacht, also so gegen, gegen, ja, so ab der Hälfte schreit er eigentlich, ey, könnt ihr mich bitte entweder verhaften, erschießen oder kann ich meine Gefangene exekutieren? Also noch auffälliger sich benehmen und verhalten geht nicht. Ja, ja, das ist eben auch ein, äh, ja, ein gewisses Problem, dass das hat eben auch so mit der, mit dem uncharismatischen Charakter letztendlich zu tun, weil man sich denkt, wie hat er das alles bisher irgendwie bewerkstelligt und so. Ähm, vor allem halt, warum war er genau an diesem Ort? Ist er ihr gefolgt schon vorher? Ähm, hat er sich schon irgendwie länger im Visier gehabt? Äh, geht er immer genau an diesem Ort auf Opfersuche? Und ihre Vergangenheit, weil ich am Anfang, weil sie hat eine gewisse tragische Vergangenheit, wo ich dann erst dachte, das Problem eben auch ist, sie ist so jung, dass ich ihr nicht die Mutter abkaufe, wirklich. Wo ich ihr dachte, weil sie sieht aus wie 19, wo ich halt dachte, wann hatte sie ihr Kind? Ja, ich verstehe, was du meinst, ja, das stimmt schon, sie sieht schon wirklich sehr jung aus. Ich dachte in dem, ja, aber ich dachte, ist das ihr Bruder oder wie auch immer? Weil in dem Sinn ist auch die, die allererste Einstellung gewinnt ein bisschen Kontext, wo ich dachte, oh, das ist nett, das ist gut. Äh, ähm, und es ist entsprechend tragisch und alles, aber es ist, die, die packen da, die versuchen da eben so viel irgendwie Charakterisierung reinzupacken und letztendlich ist es aber einfach nur Charakter reden über irgendetwas und dann geben sie ihr noch so ein gewisses Gimmick, womit sie dann ihre, ihre Muskelreflexe, ähm, überprüft. Aber das ist eben auch irgendwie so 0815 Trauma-Flashback-Thriller-Zeug, wo ich mir dachte, das hast du eigentlich in jedem dieser Filme irgendwie. Ich fände es gut, dass sie es hier immerhin nicht so richtig übertrieben haben, dass in wichtigen Momenten nicht so, oh, und jetzt die tragische Musik, oh, und jetzt der berührende Flashback oder wie auch immer, äh, das, das lassen sie relativ schnell dann sein. Ja, das stimmt. Ich, es ist auch sehr minimal. Ich dachte auch, dass, man hätte das bei ihm zum Beispiel überhaupt nicht gebraucht. Für sie, ja, klar, so ein bisschen als ihre, ähm, ja, so eine Art Motivation, dann doch noch einen Überlebenswillen zu finden. Ich fand auch den Anfang gut, dass sie direkt einsteigen. Also das dauert ja nicht lang, bis es wirklich losgeht. Und da dachte ich, okay, gut, da ist, wenn es die ganze Zeit so geht, dass da ordentlich Dampf hinten dran ist, dann könnte mir das durchaus gefallen. Ja, ja, wir haben halt so viel, wir haben so und so viel Zeit, go, 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 und das Drehbuch trägt dann auch nicht so besonders viel. Ähm, ist dir auch was anderes aufgefallen beim Abspannen? Beim, nee. Weil mir sind, äh, die, ähm, Crewmitglieder-Namen aufgefallen. Und so gut wie alle sind osteuropäisch, wo ich dachte, Moment mal. Und ich hab ein bisschen durchgescrollt und hab dann gesehen, da ist irgendetwas mit, äh, äh, Bulgarian Film Office. Ja, ja, die haben, ja, der ist in Bulgarien gedreht worden, ja. Ja, und da dachte ich, oh, okay, weil die haben definitiv Second-Unit, äh, Kalifornien-Shorts hier und dort. Ähm, aber für den Großteil, finde ich, verkaufen sie auch ganz gut, dass es Amerika ist. Also ich finde, okay, gut, so gesehen ist es mir nicht unbedingt aufgefallen. Nö, nö, aufgefallen ist mir's auch nicht. Also das sieht er, das sieht, der ist gut gedreht und du hast schöne Landschaftsshots. Und, also mir wär's, hätte ich's nicht gelesen, hätte ich's auch nicht gewusst. Ja, ja, ich bin ja nur halt, wie gesagt, misstrauisch geworden bei den, äh, beim Abspann-Tan, wo ich dachte, hä? Äh, aber ja, sowas hat man ja, sowas hat man ja öfter durchaus. Ja, ähm, letztendlich hast du noch irgendetwas Besonderes zu sagen, ähm, was wir bisher noch nicht besprochen haben bei dem Ding? Nö, nö, ich hab, glaub ich, echt alles gesagt. Äh, ja, was wär, was wär denn dann letztendlich dein wirkliches Fazit für den Film? Äh, würdest du ihn weiterempfehlen oder eher nicht? Äh, so Gesamtmeinung. Also wer auf Serienkillerjagd im Wald ein armes, verschüchtertes Mäd, also eine arme, verschüchterte Frau steht und so an den Anfängen ist, dem kann ich das empfehlen. Es ist nicht zu brutal, die erste halbe Stunde hat wirklich teilweise sehr spannende Momente und dann wird's halt eher, ne, 0815. Aber das andere Gute ist, es geht schnell vorbei, weil er nicht lang geht. Ja, für Anfänger, die so in dieses Genre reinsteigen wollen oder für Leute, die es nicht ganz so krass derb mögen, ist es okay. Ja, wir haben dieses Jahr einige so Horrorsachen gehabt, wo dann auch die Natur im Vordergrund steht. Ich denke jetzt an In a Violent Nature, wo ich mir denke, bestimmte Leute kriegen vielleicht bei denen etwas mehr Mehrwert eventuell. Also hier ist definitiv mehr Story, aber es ist halt, ich weiß nicht, es ist halt so ein 0815-Thriller, wo ich mir dachte, das ist halt selbst zu dünn für ein Tartort-Konzept oder sowas, ist halt das Problem. Und nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, oh, Tartort, sondern nein, nein, absolut nicht. Aber es ist halt, ich fand's gut gespielt, halt wie gesagt, seinen Charakter fand ich sehr anstrengend, aber es lag in der Figur, nicht am Schauspiel. Und ein paar Szenarien waren ganz gut, ich mochte das mit den Ameisen, das hat mich gekriegt, das war definitiv eine gute Stelle. Und zwischendurch nochmal hier und da ein Szenario und wie gesagt, ja, auch der Dialog im Haus mit dieser halt im Prinzip so der Bombe-unter-dem-Tisch-Effekt hatte das so ein bisschen, so dieses Hitchcock-Ding. Ja, aber ansonsten ist es einfach halt, sehe ich hier keinen Grund wirklich, oh ja, den jetzt gucken oder wie auch immer, das ist wirklich ein absoluter 0815-Thriller von der Stange nicht schlecht gemacht, aber sehr, sehr, weiß nicht, dürftig. Man könnte sagen, Butter auf zu viel Brot verstrichen, um mal Tolkien zurate zu ziehen. Ja, genau so, das passt. Nun denn, ja, das ist unser Fazit für Don't Move. Wir wollen nicht gleich sagen, don't watch, aber letztendlich bleibt es euch überlassen, wenn ihr 90 Minuten killen wollt und irgendwie Bock habt auf diese Art von Szenario. Macht ruhig, tut nicht unbedingt jemandem weh. Es gibt natürlich die ein oder andere Trigger-Warning hier mit bestimmter Thematik. Zum Glück gehen sie nicht wirklich in die, sie deuten die, sie deuten halt Sexual Assault durchaus an, aber nur im Dialog, was gut ist. Sie gehen, sie gehen halt nicht zu weit damit und ja, entsprechend muss jeder selber wissen, wie und was. Also lasst euch von dem Namen Sam Raimi nicht so beschummeln. Ich schätze mal, das war so ein Ding von wegen hier mein Name und ich werfe so meinen Einfluss quasi auf den Film, aber ohne, dass man jetzt wirklich denkt, oh ja, hier, das ist eine Hommage oder das ist irgendwie etwas, wo er wirklich jetzt richtig doll involviert war. Nee, aber es hat funktioniert zumindest bei mir, mich hat er gehabt. Nun denn, in dem Fall haben sie dann ja ihren Zweck erfüllt. Nun denn, das war Don't Move, euch bleibt es überlassen, ich würde sagen, nee, ich empfehle ihn nicht, aber ich sage jetzt auch nicht, oh, ist totale Scheiße, also so ungefähr stehen wir ja beide da. Ja. Also gut, ja, das war unsere Meinung vom Tele-Stammtisch, bleibt am Ball, wenn wir die neuesten Releases aus Film und Fernsehen für euch besprechen. Wir sind für euch da in eurem Ohr und wir freuen uns darauf, wenn ihr einschaltet und uns weiterempfehlt. Wir sind Lasse und Sven und sagen Tschüss. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.